Wir wollen anfangen. Jemand von den ersten Spielern auf den Platz stellen, denen die Mädels der einzelnen Mannschaften einmal kurz vor. Keine Angst, nur vor den jeweiligen ersten Spielen der jeweiligen Mannschaften. Wir beginnen mit dem Brotsdamer HC. Mit der Nummer eins, ein Lieben Brotsdamer. Mit der Nummer zwei, die Gisela Nikodev. Mit der Nummer drei, Frau Schleswig-Hurie. Mit der Nummer fünf, Arminer Schulz. Mit der Nummer sechs, Leder gegen Heide. Mit der Nummer sie, Leder gegen Schulz. Mit der Nummer acht, Anna Wolt. Mit der Nummer zehn, Armin Christi Kramer. Mit der Nummer elf, Jörg Frischberg. Mit der Nummer zwölf, Lena Krasn. Mit der Nummer dreißig, Anna Strack. Und mit der Nummer vierzig, Anna Steiner. Mit der Nummer vier, Saga Kulka. Mit der Nummer vier, Saga Kulka. Mit der Nummer zwei, Sina Schmidt. Mit der Nummer drei, Nora Berserkamp. Mit der Nummer vier, Saga Kulka. Mit der Nummer vier, Saga Kulka. Mit der Nummer fünf, Gina Keder. Mit der Nummer sechs, Praxis Schmankl. Mit der Nummer sieben, Saskia Miesel. Mit der Nummer acht, Alina Putke. Mit der Nummer zehn, Vanessa Sottmeier. Und mit der Nummer dreißig, Serena Korkow. Und mit der Nummer vier, Saga 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 Korkow. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...